Mein Name ist Jörn Thier, ich bin Geschäftsführer bei Imgrund Siel Logistik. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Transport- und Logistikkonzepte, die nachhaltig und wirtschaftlich sind. Dabei setzen wir auf modernste Technik, um permanent gut trainierte Mitarbeiter, um die Kundenaufträge täglich, effizient und zuverlässig durchzuführen. Mein Name ist Bernd Schepers, ich bin Geschäftsführer der Firma Imgrund. Die Firma Imgrund wurde vor mehr als 70 Jahren von Hermann Imgrund, damals mit einem LKW, gegründet. Seitdem haben wir uns von einem Transportunternehmer zu einem Logistikunternehmen entwickelt, die heute in ganz vielen Sachen tätig sind und uns überwiegend mit staubförmigen Gütern aller Art beschäftigen. Das sind zum Beispiel Silotransporte im Bereich Food und Non-Food, die Lagerung, die Verpackung von Waren, Schiffsumschlag, das Abfüllen von Containern, das Abfüllen von Big Bags, Octa-Beans und aller Arten Gebinde für den Haushaltsbereich. Mit dem Unternehmen sind die Mitarbeiter gewachsen und auch die Anzahl der Kunden. Mit dem Wachstum verbunden suchen wir in allen Bereichen auch Mitarbeiter, die das Unternehmen weiter nach vorne bringen. Im Bereich der LKWs suchen wir Berufskraftfahrer, die zu uns stoßen können. Gleichzeitig bieten wir ihnen an, für uns eine Ausbildung zu machen. Das ist eine dreijährige Tätigkeit, die sie mit dem Abschluss des Berufskraftfahrers beenden. Ein weiterer Bereich ist die Werkstatt. Dort suchen wir Mechatroniker, die unseren Fuhrpark warten und auch die Fahrzeuge auf dem Laufenden halten. Im Bürobereich sind wir unterstützt von Speditionskauffrauen und Kaufleuten oder Bürokommunikationsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ebenfalls bei uns eine Lehre über drei Jahre machen können, um uns dann im Anschluss auch weiter zu unterstützen.